hey yo leute was geht herzlich willkommen zu pt mache ein fernzell auto hier yo also was ich noch lernen wollte also mein freund der hat das ohr gespielt und ist anscheinend richtig schwer ich weiß jetzt auch was ich machen müsste ich habe ein paar tipps bekommen also hier steht hier ist es sich in hölle verwandelt wird sich schon ein er weniger schärmütter habe ich Das ist schade. Das ist immer in der Hölle. Oh, holly. Das ist der Hölle. Hey, hey! Shadow Moon Diver... Oh my... Guts... ...in my life... das müsste jetzt passieren irgendwas gehen wir mal weiter joh das hat sich jetzt ich glaube verändern was fehl irgendwas haben wir glaube falsch gemacht nein wenn es richtig gemacht abu scharmuta alter ich kann kein monsterisch die sprache was muss man jetzt nochmal machen jo also ich hab's rausgekriegt also da hat manche leute vier stunden dafür gebraucht man muss zu zettel papiere finden fünf brauchen der erste habe ich der zweite dann soll einer hier noch sein oder da oh je alter und was soll das bild wahrscheinlich kriege ich hier noch aber geile disco musik bei scheisse wo fehlt jetzt noch was mehr weiß ich glaube gar nicht oh 7. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 11. 14. Irgendeine Stelle mal basiert. Scheiße, Mann. Oh, holy alter. Ich schneide es jetzt wahrscheinlich raus. Jo, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich gucke jetzt noch mal auf meinen Freund, wie der das gemacht hat. Aber der hat auf jeden Fall vier Stunden dafür gebraucht. Jo, Leute, dann war es das jetzt auch an dem Video. Ich gucke jetzt, was ich... Ich frage ihn noch mal, wo was sein könnte. Jo, auf jeden Fall war es das jetzt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.